Meine Fresse, ey, es geht mir auf den Sack, diese Scheiße hier heute, Mann. Es geht mir auf den Sack, diese Pisse heute, Mann. Jedes Mal diese dumme Scheiße, weil alles 300 fährt. Und sie kommen nicht hinterher, weil meine Karre 300 fährt. Audi R6, puste Kops, mit meinem Gaspedal weg. Kein Problem, Bulle, ich mach für dich Platz. Drück mal kurz aufs Gas und ihr habt Pech gehabt. Mach nen ATM und zähre meine Scheine. Der Bulle kommt, ich drück. Jedes Mal diese dumme Scheiße. Yeah, yeah, werd vor dem Bullen nicht verehrt. Weil alles 300 fährt. Yeah, yeah. Ich fahr mit meinem Rennwagen und die Bullen kommen nicht hinterher. Mirik, soll ich jetzt nicht mehr zusammen? Ja, ja, anders. Der Bulle kommt, ich drück. Weil ich fresse, ey. Der Bulle kommt, ich drück. Es geht mir auf den Sack. Der Bulle kommt, ich drück. Weil alles 300 fährt. Drück aufs Gas, drück aufs Gas. Diese Pisse heute, Mann. Der Bulle kommt, ich drück. Weil alles 300 fährt. Der Bulle kommt, ich drück. 300 fährt. Der Bulle kommt, ich drück. Jedes Mal diese dumme Scheiße. Drück aufs Gas, drück aufs Gas. Ja, wir sind raus, weil wir natürlich nur 300 fahren. Wir haben nen Unfall.